Der Diakonkreis ist ein Teil des neuen Leitungsteams, also des neuen Leitungskreises. Der Diakonkreis setzt sich aus dem Ü-Team und dem Vorstand zusammen. Der Vorstand ist eine vereinsrechtliche Geschichte. Das Ü-Team ist das Übersichtsteam, welches aus der Bewegung alles bündelt, was es an Fragen gibt, die auf dem JFD-Treffen geklärt werden müssen. Sachen, die ganz Deutschland betreffen. Das muss vom ganzen Deutschland-Treffen entschieden werden. Und dafür ist das Ü-Team da, das erstmal alles aufzunehmen, zu bündeln und das im JFD-Treffen vorzustellen, damit man dann darüber abstimmen kann.